Hallo meine lieben Freunde, Tierfreunde da draußen, ich bin's mal wieder, die Kaninchenbande. Ich wollte euch erstmal sagen, sorry, dass in letzter Zeit kein Video kam, ich war krank. Mir geht's auch jetzt noch nicht so ganz gut, aber ich möchte jetzt ein Video drehen. Und für den Anfang grüße ich erstmal Binion Bounty. Immer Dankeschön dafür, die unterstützt mich super. Und ich wünsche dir herzlichen Glückwunsch, also zu deinen über 100 Abonnenten hast du jetzt, glaube ich. Herzlichen Glückwunsch dafür. Heute kommt ein Video, also ein Howl-Video, ich hab ein Tierhowl gemacht, also Einkauf für Tiere. Es sind drei Sachen für Fluffy, für meine Kaninchen und für meine Katze. Ja, ich habe eine Katze schon länger, aber hab noch nie ein Video drum gemacht. Und wenn ihr wollt, dass ich ein Video darüber mache, dann zeigst du euch einen Daumen nach oben und schreibt mir das in die Kommentare. Wir fangen an mit den Kaninchen zu bringen. Wir waren im Jahr einkaufen, wir haben dort so ein Futter geholt. Ich, äh, es ist ja, ich sag jetzt nicht vieles dazu. Ich wollte euch das neue Video zeigen. Ihr seht's vielleicht auf die Kameras ein bisschen schlechter. Ich mach wieder mit meinem Handy grad, weil, ähm, ich hatte schon das letzte Video geladen von meiner Mama auf dem Handy. Und es hat leider nicht auf meinen YouTube-Kanal gelandet, beziehungsweise auf mein Handy. Das hat nicht funktioniert, deswegen mach ich jetzt fast mein Handy schnell. Also hier ist das Futter. Hm, ja, es hat, äh, so ein Kilogramm kostet das 2,29 Euro. Wir haben jetzt fast ein Kilogramm, ähm, haben 2,14 Euro bezahlt. Dann, für meine liebe Katze, hier das. Das, da drin ist jetzt Lachs und Omega-3. Ja, es ist eine Katze drauf. Hier, ähm, hier steht, dass es gut für das Fell ist. Also, steht nicht, ist angemalt, sag ich mal, hier. Deswegen was sie auch holen. Meine Katze heißt übrigens Flocke. Und ich kann das jetzt vielleicht über die ein Video machen. Also, hier nochmal, das Ding. Und als nächstes hab ich mir eine Hamsterwatte gekauft. Yay! Ich wollte das schon länger, aber kam ihr da drauf und hab das nie gefunden. Ähm, ich wollte es mal ausprobieren, ob das gut ist. Und wenn nicht, dann tue ich das sofort natürlich raus. Also, hier, das hat jetzt 1 Euro gekostet. Ich find das billig. Das Katzefutter hat, ähm, 1,29 Euro gekostet, so. Hier. Von Trixi. Ich mag, äh, die Firma Trixi, die ist echt gut. Also, hier ist die Hamsterwatte. Mega gut. Und, gut, ich zeig euch jetzt alles, was wir hatten. Kaninchenfutter. Sehr gut. Das für meine Katze geb ich gleich noch. Hier das. Und, ähm, ja. Okay. Und noch die Hamsterwatte. Ich will das gleich reintun. Das film ich leider jetzt nicht. Aber ihr könnt das vielleicht, falls was, das auch kaufen. Ich mach darüber natürlich noch ein Video da. Also, ob es gut ist oder nicht. Und wenn nicht, dann sag ich es euch natürlich und hol es raus. Und vielleicht habt ihr auch so bemerkt, dass ich eine neue Frisur habe. Ja. Okay, es war so dein Video. Hier, die alle Dinge, ne? Das da, das da und das da. Also, wenn euch mein Video gefallen hat, zeigst mir einen Daumen nach oben. Schreibt mir gerne was in die Kommentare. Ein Abo wäre auch cool. Wir haben jetzt über die 30 Abonnenten geschafft. Ich bedanke mich nochmal dafür. Und wie gesagt, es kommt jetzt, ähm, donnerstags und sonntags ein Video. Ich hab jetzt, äh, es jetzt gemacht. Also, Dienstag. Weil die anderen Tage schon gefehlt haben. Deswegen mach ich, glaub ich, donnerstags noch ein Video. Gut, Leute, dann. Tschö. 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 Vielen Dank.